So Leute, was geht ab und herzlich willkommen zur 10.Folge Vilowarro 8, äh, Vilowarro 9 mit dem Wettelz-Hall. Hallo, hier gehen wir direkt auf den Server. Warte, Multiplayer, dann geh ich runter auf Vilowarro 9. Ist niemand drauf? Sagen wir join den Server in 3, 2, 1, join. Und, wie soll man drauf? Ich brauch unbedingt Essen, ich brauch so unbedingt Essen. Ja, wir, ich mach jetzt auch noch hier mein... Äh, Iron Sword, fertig. Kann man sich schon bewegen? Ne, okay. Ah, du komm, wo bist du eigentlich? Ich hab keine Ahnung, wo du bist. Ich glaub nicht, nur man Sharp Dreischwert ist. Ich kenne, wo warst du denn mal? Also ich brauch ziemlich dringend Essen und ich zitter grad irgendwie richtig hart. Alter, ich bin so aufgeregt. Ist einfach grad eben so kalt. Ah, hier bist du. Ich geb jetzt mal unbedingt Essen. Geh mal vor die Hälfte in den Steaks. Äh, ja, na toll, ich hab noch 5 Steaks. Sag, du wirst 5, 10. 7 ungebraten, da hab ich noch, also 7, klar. Let's go. So, ähm. Dann hab ich auch noch mal was. Ich bin mega unglaublich, Alter. So, lass mal ein bisschen hier was schmelzen. Oh Gott, Alter. Oh, mein Name ist's. Ähm, ich brauch hier noch... Gold Pikachu, wie fährt grad auf, Gold Pikachu hat übel viele Kids gemacht, Alter. Ich weiß. Äh, ich brauch noch irgendwie ein bisschen Level. So, das... Ja, ich brauch auch noch Level, ich brauch unbedingt Level. Hab ich hier grad im Langebort vorher. Und diesmal springen jetzt nicht so viel, Paul. Ah, hier ist Kohle. Okay, dann hab ich hier meine Level zusammen. By the way, das ist mein eigenes Sextum, ich hab grad eben. Also, ja. Ich hab wieder mein Level. Ich hab schon 2 Level, ich weiß gar nicht, wie viele ich brauch. Ich hab auf jeden Fall... Ach, sonst ist meine Spitzhacke noch kaputt gegangen, willst mich verarschen. Schab 1, Schab 1, Schab 2. Natürlich... Oh Gott, der hat Essen. Er hat kein Essen. Doch, er hat Essen, glaube ich. Ich hab so eine Folge geguckt. Keine Ahnung, er hat aber auf jeden Fall auch Healpots. Puh, das wird schwer. Wir fighten müssen ja nicht in der Folge gegen den Zubo. Noch nicht in der, in der nächsten. Oder? Ja, muss die nächste sein. Okay, jetzt... Oh, meine effizienten Einspielzack ist gleich kaputt. Ich ball's mal lieber mit einer anderen. Das ist doch egal. Irgendwann ist so kalt, Alter. Na, das ist 10, minus 10 Millionen Grad. Wahrscheinlich ist nicht was Bisschen oder so. Und ja, Leute, heute wird wahrscheinlich... Also ich vermute zum... Was soll ich da machen? Was noch Essen, Alter? Ähm, wollte ich grad... Ich muss jetzt konzentrieren, nicht, dass ich jetzt irgendwas falsch mache. Und mal so, zack, zack. Ich krieg, ich krieg kein Sharp 4 mehr, shit. Dann versuch ich mal meine... Ach, nee, ich hab schon eine Port 3 oder so. Ich hab jetzt Sharp 4. Und mein Lockback-Schwert behalte ich am besten auch mal. Äh, ich glaub, ich mach mir noch einen Schlagbogen. Ach, kann ich gar nicht. Oh, shit. Nee, oder? Noch nicht diese Folge. Nee. Äh, nehmen wir hier alles mögliche Wichtige mit. Ich buddel mich schon mal langsamer nach oben, okay? Ja, ja, mach das mal ruhig. Du bist halt 1000 Blöcke vom Spawn entfernt. Naja, wir müssen ja noch Äpfel fahren. Mhm. Äpfel fahren wohl ne lange. Doch. Doch. Äh, Tier-Spitzat nehme ich am besten auch mal mit. Alter, was ist denn los mit so Quah-Wah-Wah-Wah-Wah-Wah-Wah-Wah-Wah-Wah-Wah-Wah-Wah-Wah-Wah. Ich bin mega aufgeregt, Alter, auf den Kampf, weil ich... Ich möchte die ganz immer ansprechen, Leute. Falls die jetzt irgendwie sterben. Alter, das ist deren Ernst. Oh, nein, ich hab meine Telegram-Sons noch an. Ja, ist egal. Ach, nein, das ist... Ach, schreiben die. Sorry. Hast du BRA-SEN-Meter? Wenig. Ziemlich wenig. Okay, dann egal. Ja, ich hab's schon aufgesammelt. Äh, hier ist ein Sneaker, was wir brauchen, glaube ich. Ja, Leute, ich wollte sagen, wenn wir jetzt sterben, dann tut es uns wirklich leid, aber... Es ist halt so, das ist das zweite Mal, dass du bei Vilo war und mitmachen. Und es ist halt so, das ist wie sozusagen bei einer Einübung sozusagen, also... Wie soll man das erklären, Paul? Hilfe mal. Lass mich anbauen, ich hab die Dia-Spitzsacke. Ja, es ist halt... Wir können auch nicht perfekt sein, das ist halt einfach so. Oder wie unser... also wie mein Sportlehrer halt immer so schön sagt... Man sollte sich nicht... man sollte sich nicht zu Ziele setzen haben, man sollte einfach... Das machen wir so ein Schaft und... Ja, wir sind halt jetzt erst das zweite Mal in so einem großen Projekt und... Paul, weh, du verrext das an Dings. Wir müssen uns Flints machen, Feuerzeuge. Ja, ist mir dem auch angefallen, aber das können wir jetzt auch noch an der Oberfläche machen. Ja. Ich lege das Ding hier, Alter. Ich hab... da ist ein Flint, da ist ein Flint. Wernse, kannst du es aufsammeln? Ja, was soll ich wegwerfen dafür? Ich werfe mal die kaputte Spielzeuge jetzt hier. Hast du das Eis mitgenommen aus der Chest? Ja, ich hab alles mitgenommen, wichtiger. Okay. Ja. Das ist schon schade, dass hinter uns in unseren beiden Namen noch eine Null steht. Das wäre für jeden Fall schön, wenn da irgendwann eine eine stehen würde. Ja, der Zug hat ja einen kill. Ja. Ich find's aber ganz ehrlich, Leute, mal halt so... so zum Real Talk... Ich find's eigentlich nicht so schön, dass Zug gehatet wird, weil... Ganz ehrlich, wie hättet ihr in so einer Situation gehandelt? Wenn einer kommt, der direkt vor euch wäre, hättet ihr gewartet, bis er euch getötet hätte, oder hättet ihr auch angegriffen? Ich glaub, eigentlich hättet ihr angegriffen. Mhm. Deswegen... Ich find's eigentlich scheiße, dass das Hugo wieder gehatet wird, weil der wollte ja schon mal quitten, und jetzt würde er ziemlich sicher quitten. Und dann werden wir sterben. Ah man, Hula, Arschloch. Ja, nein. Ich zitter so mega hart, vielleicht seht ihr das in der Aufnahme. Können wir nicht. Also, ich zitter halt auch, aber man sieht's nicht. Ich werde irgendwann einen Enderman, das ist ja gut. Vielleicht bekommen wir nochmal eine Enderperle. Aber du hast... ich schloss die ganze Zeit mit meinem scheiß knigigen Tisch an, weil ich so lange Beine hab. Ähm, warte mal, du hast drei Enderperlen, gell? Mhm. Ich hab zwei. Dann gib mir die. Äh, wenn der eine droppt. Mhm. Alter, wo ist denn die Oberfläche? Ah, hier. Ah, log. Ah, gut, so ein Film, stimmt ja. Ist der Enderman. Okay, dann fahr mich... warte mal, wir sollten die Bäume abfahren. Hat er eine, gedroppt. Nice, okay, warte, dann droppt mir gleich mal eine. Hab ich? Oh mein Gott, das gelächtert. Ich baue mir jetzt langsam die Bäume ab. Mhm. Hast du noch Holz? Ich brauche auch noch speziell ne, ne, Ding. Äh. Äh, ich hab noch wenig Holz. Ja, Hauptsache. Pass auf, da kommt's von mir. Okay, ja. Vielleicht droppt er hier irgendwo schon Apf... 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 Übrigens heute Danke, oder Danke an, ich glaub, MeinMe war das. Der hat mir ziemlich viele Tipps gegeben. Ist auf jeden Fall mega nice, wenn man das so sieht halt. Und hier ist noch ne Kuh, Paul. Ja, die hat zwei... Die hat, glaub ich, drei Dings gedroppt. Der kann immer nur die obere Stämme da abbauen. Ich fahr von Leder weg, okay. Mhm. Ich hab nen Apfel! Okay, nice. Jetzt sollte er aufhören... Was? Yo! Nein, 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 nein. Wir kämpfen schon, wir kämpfen schon. Schreib's aber jetzt nicht in Chat. Lass mich mal kämpfen. Jo. 2 bis 2... Schatten... Nein, auf keinen Fall. Lass mich gar nicht schreiben. Oh mein Gott, ich dachte grad, dass wir jemand anderes... Hier ist noch, ich hab noch nen Apfel bekommen, ich hab noch nen Apfel bekommen. Nice, dann haben wir schon mal zwei Äpfel. Da liegt nicht noch einer, okay, schade. Meine Äpfel hier ist ein grauen Texteffekt by the way. Und wir sind ganz normal einfach nur rot. Also jetzt nicht so Default mäßig, sondern halt... Ich hab keine Sounds. Shit. Soll ich die reloaden? Ach halt. Aber ne, vor allem ist meine MC schon fast gecrashed. Boah, die ganzen Zombies, die nerven mich so ultra. Warte mal, ich geh mal hier zu den Hühnern hin. Ja, tut sie dir auf jeden Fall auch. Ich weiß nicht, was ich wegwerfen soll. Irgendwas einfach, ist egal was. Stormwerf ich mal weg, Stormpickel. Ähm, okay. Droppen hier noch irgendwie Äpfel oder so? Irgendwann mal. Ich hab jetzt noch mal bisschen Essen bekommen. Ich baue mal hier nen Ofen auf, okay? Ich hab noch gar keine Äpfel gedroppt bekommen, glaube ich. Ne, noch gar keine. Wirklich noch gar keine. Also ich hab einen Gap, aber der bringt halt auch nicht wirklich viel im Fight. Zack, zack. Der schöne Teil hier. Zack, zack. Oh, ich hab noch mal Schweine. Hab ich gerade eben ganz übersehen. Die muss ich auch noch mal töten. Ja, ein Schwein. Das ist ein Skelett mit einem verzauberten Bogen. Dann töte das. Nein, nein, nein. Ich warte auf den Creeper. Junge, es ist Tag. Da ist ein Creeper, da ist ein Creeper, da ist ein Creeper. Ich schwöre, Alter. Ey, wenn der jetzt ins Wasser läuft. Ey, ich glaube, das ist ne Punch, glaube ich. Ja, ist gut. Alter, komm, die geht mir... Alter, die geht mir übel. Hat das jetzt ein... Ah, das hat doch keinen verzauberten Bogen. Lol, das sah so aus. Ah, schade, okay. Ich hab noch mal Pfeile gedroppt bekommen. Lass mir mal ein Schwein. Mann, es tut mir jetzt leid, dass ich wirklich keine Ingame-Sounds habe. Das ist jetzt ein bisschen dumm von mir gewesen. Oh, ich hab einen Apfel. Nice. Hey, hier liegen! Pauli liegt Papier. Was hab ich denn gedroppt? Ach so, ich dachte grad. Und noch einen Apfel. Nice. Hast du ganz gut mitgenommen? Ich hab drei Äpfel, ja, hab ich. Liegt jetzt hier noch mal was? Oh, nice, Alter. Die Äpfel droppen. Wollen wir mal ein bisschen weiter Bäume ab? Oh, man. Also in der Folge wollen wir jetzt ausschließlich nochmal so Äpfel farmen und... Sollen wir noch Haltränke machen? Äh, nein. Das schaffen wir gar nicht mehr. Ja, okay. Dann machen wir jetzt nur noch Goldäpfel. Ich hoffe, das reicht. Was hat Hugo für Haltränke? Oder wie viele? Ich glaub, der hat sieben Stück oder so. Alter, was... Hä, wie soll man das denn machen? Ja, was? Wie soll man das machen? Wie soll man dagegen kämpfen? Hä, ja. Ja, wir spammen einfach mit dem Bogen voll oder halt irgendwie. Ich hab... Hä, ich hab wirklich nur einen Pfeil. Lol, wo sind denn meine ganzen Pfeile hin? Ich hab 36. Sein, dass du mir gegeben hast. Konsern. Ähm... Ich kaufe mir an. Hast du einen Amos mitgenommen? Was hab ich? Ja, hab ich. Okay, dann setz dich mal ganz kurz. Ja, komm her zu mir. Was? Wir haben nur noch fünf Minuten? Ja. Ja. Lol, was? Äh... Schaubnis 2, Schaubnis 2. Fünf Level. Jetzt hab ich zwei Schaubnis 3 Schwerter. Ich hab jetzt fünf Gaps. Wieviel kosten die denn? Was? Gaps? Nee, mach. Schaubnis wie kostet es? Zehn Level. Scheiße, Paul. Jetzt 40 gekostet. Wie viel hast du ein Level? Ich hab gar... Ich hab gar keine Level. Ja, was hast du gerade gemacht? Ich hab ähm... Schaub 3. Also zweimal Schaub... Ich hab jetzt zweimal Schaub 3. Achso, ja. Ich hab noch einen Apfel. Ich hab noch... Ich hab drei Äpfel. Nice. Ich hab... Nee, doch nicht. Hier liegen noch Level rum. Vielleicht gehen wir nirgendwo schon was. Kleine Spende bitte. Kleine Spende. Da vorne ist so ein Zombie. Kann ich auch markieren für Level. Gar nicht mehr so viel Essen. Ich hab jetzt noch sieben Steaks. Also ich hab noch äh... Eigen Steak und hier noch... Wie sagt man, ich noch ein bisschen Essen fahren, man. In der nächsten Folge halt dann auf dem Weg zum Spawn. Da ist noch ein Schaf. Ich hab's die ganze Zeit gesehen. Fällt mir grad auf. So. Hat auch mal was gedroppt. Ich weiß nicht, was ich wegwerfen soll. Ich hab's halt gar keinen Lava Bucket gemacht. Hä? Als ob jetzt. Hä? Als ob jetzt. Ich hab keinen Lava Bucket. Nein. Ich hab's auch nicht. Keine Ahnung. Das ist... Schlecht. Wie ich weiß. Wie viele Gaps hast du jetzt? Ich hab drei Äpfel. Ja, und wie viele Gaps hast du? Einen. Ja, also dann hast du gleich äh... Vier dann. Dann fahren wir noch einen für dich. Oder halt, wir können sogar noch mehrere fahren. Ah ne, können wir gar nicht. Ja, dann können wir's noch einfällig fahren. Dann passt's genau. Ungefähr. Ich hol jetzt einfach nochmal Bäume ab. Machen wir so ein paar. Ich bin echt wirklich aufgeregt auf den letzten Kampf jetzt. Ich bin ziemlich beschäftigt, dass das der letzte Kampf sein wird. Ich hab noch einen Apfel für dich. Okay, komm her. Warte. Warte. Ich rags du easy. Nice. Ich hab 37 Pfeile. Äh... So. Komm mal hierher kurz zu mir. 56 Holzleil. Oder... Loll. Ist ein Spawn hier. Lol. Och ne, ist eher toll. Das sind die Spawn. Ich mach'n Goldäpfel so. Mhm. Jetzt hab' ich keine Äpfel. Jetzt hab' ich vier Goldäpfel. Lol. Jetzt hab' ich meine Hose gedroppt. Ja komm, dann lass' mal jetzt ein paar... Äh, komm. Lass' mal Richtung Spawn laufen. Nimm' den Ambus mit. Nimm' den Ambus mit. Nimm' den Ambus mit. Ja, okay. Ja. Komm, hier in die Richtung ist der Spawn. Du musst noch ein bisschen Essen fahren. Auf dem Weg. Ich hab' noch'n Apfel. Ich hab' noch'n Apfel. Ja, das bringt jetzt eh nichts mehr. Aber egal, komm. Ach, die letzte. Der letzte Kampf. Auf. Das hat immer... Es hat immer irgendwo an der Hände. Man ist nur ein Schaf. Warte mal ganz kurz. Was ist hier drin eigentlich? Ne, ich hab' ich hab'n... Da ist jetzt nichts mehr drinne. In welche Richtung müssen wir laufen? Warte mal... Ich hab' noch ne... Geile Idee. In die Richtung müssen wir laufen. Nein, nein. Da vorne ist ein Öfen, Paul. Ja, egal. In die Richtung. Hier müssen wir... Lass' dir rüber laufen. Lass' dir rüber laufen. Du musst nicht sprinten, oder? Hm... Ne, nur wenig halt. Wir haben halt wirklich so wenig Essen. Wenn Hugo die ganze Zeit wegrennt, sind wir halt so am Arsch. Wir müssen das wirklich nochmal... Ja, hier geht's noch spawnen. In die Richtung. Ja, ungefähr. Ich bin nicht... Ja. Ach... Das war ne schöne Zeit. Warte mal, ich hab' noch... Ich hab' jetzt nur 14 Lillipads. Das ist egal. So, zack. So... Ist noch irgendwo Gravel? Hier ist noch Gravel. Aber ganz ehrlich, Hugo, also falls du's jetzt sehen wirst, oder auch die Zuschauer von Hugo, falls sie welche hat. Also halt... Aber da ist noch ne Kuh. Ähm... Ich find's schon interessant, und ziemlich krass, wie du wirklich so weit kommst, wenn du eben alleine bist, weil... Ähm... Vilovaro... 8 bist du ja... Also ist dein Teammate sofort gestorben. Ich glaub, da wurde auch nicht survive, hat die getötet. Aber ja, ähm... Ich find's schon krass, wie weit du kommst, also... Das hat mich schon echt gewundert, auf jeden Fall. Bist du ein guter Spieler, und deswegen hab' ich ziemlich Schiss vor dir. Mh... 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 Komm, ich stell's mal hier zusammen. Komm her. Zuck, 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 zuck. Nicht mehr bewegen, nicht mehr bewegen, nicht mehr bewegen. Och... Okay, deine Aufnahmezeit ist vorbei. Das ist wahrscheinlich die vorletzte Folge. Vor... Oder das war jetzt die vorletzte Folge von Video-Ware 9. Ich würd' sagen, Leute, wenn's euch gefallen hat, lasst den Puzzle bewerben da. Schaut mal Paul vorbei, und... Ja, Paul, was sagst du noch? Tschüss. 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 Vielen Dank.